Herr Keller, es gab heute einen Bericht, wonach Sie gerne mit Timo Hübers verlängern würden. Können Sie zu der Geschichte etwas sagen? Timo Hübers ist ein super Spieler und ein sehr wichtiger Spieler für uns zum Bericht und wie so etwas zustande kommt, da muss ich immer schmunzeln. Ich wurde ganz allgemein gefragt vom Kicker, wie es denn mit Vertragsverlängerungen über den Sommer 2023 hinaus aussieht. Da habe ich gesagt, naja, sind wir jetzt aktuell noch in der Kaderplanungsphase für die laufende Spielzeit und dann richten wir einen Blick über die laufende Spielzeit hinaus, weil bei allem Verständnis, ich bin jetzt noch nicht so lange da, ich kann auch nicht alles auf einmal machen. Und in dem Kontext wurde dann konkret nach Timo gefragt und ich sagte, natürlich ist doch klar, dass wir zu gegebenen Zeitpunkten auch mit Timo sprechen werden und wollen. Herr Keller, daran dann gerne anknüpfend, bezogen auf diese Transferperiode. Der FC hat ja bekannt gegeben, beziehungsweise es ist bekannt, dass der FC auf der Abgabenseite noch was tun möchte. Über Sebastian Andersson hinaus gibt es aktuell etwas, was sich konkretisiert hat und die zweite Frage daran anknüpfend, Sie haben ja betont vor der Transferperiode, dass der FC Umsätze noch generieren muss, Transferannahmen, naja, kann der FC es sich leisten, überhaupt auf Transferannahmen in diesem Sommer weitere über Salih Oetschan hinaus noch zu verzichten? Also ich fange mit dem zweiten Teil an, ich hatte ja auch schon mal betont, dass es neben dem Streben nach Transfer erlösen und nach denen streben wir ja nicht nur, weil wir sagen, wir brauchen Geld, weil wir Spieler verkaufen wollen, sondern weil halt einfach wirklich eine gewisse Notwendigkeit dafür da ist, Zusatzerlöse zu generieren. Aber die können ja nicht nur im sportlichen Bereich liegen, das hatte ich schon ein paar Mal betont, die können ja auch wirtschaftlich zum Beispiel entstehen, zum Beispiel über höhere Sponsoringerlöse, als sie zum Beispiel im April noch geplant waren, wo wir uns zum Beispiel ganz gut bewegen im Moment, höhere Erträge in anderen Vermarktungsfeldern oder dann auch natürlich in der Verbindung von Wirtschaft und Sport. Wir haben ja noch eine ganz, ganz große Chance, nicht nur sportlich, sondern wirtschaftlich, wenn wir uns ein bisschen vorausgeblickt in den Qualifikationsspielen durchsetzen sollten, dann könnte, also Qualifikationsspielen für die Conference League, dann könnte dadurch ja auch ein Mehrerlös entstehen, der gegebenenfalls nicht erreichte Transferziele dann kompensieren könnte. Also insofern ist es momentan alles noch ein bisschen vage und es gibt unterschiedliche Konstellationen, wie wir zum Ziel kommen können. Ich bin mir aber recht sicher, dass wir gesamtwirtschaftlich betrachtet zu den Zielen kommen werden, die wir uns für die Saison vorgenommen haben, ob es jetzt über Transfers sei oder über andere Aspekte. Und jetzt, wie war der erste Teil der Frage? Okay, würde ich doch in der Runde nie sagen, oder? Glaube ich zumindest, ja. Naja, aber das war ja auch so eine konkrete Frage, dass ich dazu was sagen konnte. Herr Keller, daran auch nochmal anschließend, Sie hatten gesagt, das Trainerteam hat in der Vorbereitung alles dafür getan, um einen guten Saisonstart hinzulegen, die Mannschaft auf den Punkt zu bringen. Gab es nochmal Gespräche mit dem Trainerteam, was das angeht? Mit Steffen Baumgart wurde ja verlängert. Gab es nochmal Gespräche mit dem Trainerteam konkret während des Trainingslagers oder darüber hinaus? Also die Zielsetzung ist, dass ich bis Ende August habe ich noch fünf Wochen Zeit mit jedem Mitglied aus dem Trainerteam über eine Vertragsverlängerung gesprochen habe.